Lord Goring! Gestatten Sie mir, Ihnen meinen besten Freund vorzustellen, den größten Müßiggänger Londons. Guten Abend, Lord Goring. Vertrödelst du deine Zeit wie üblich? Wenn man jemanden besucht, vertrödelt man die Zeit der Leute, die man besucht und nicht etwa die eigene. Die Liebe zu sich selbst ist der Beginn einer lebenslangen Romanze. Du bist 36 und du musst dich endlich vermählen. Vermählen? Ach, du meine Güte. Ich gehe in den Wintergarten und warte unter der zweiten Palme von rechts. Fiese Spielchen in der englischen High Society. Ein perfekter Ehemann. Heute, 5 nach 8 auf S1. Willkommen zu Hause. 11, 6. Ich sage Ihnen an, meine Güte. Ja, ich bin einiger Halft.